was passt mk1 hat neues cockpit bekommen ich bin beschissen was hier die fliegen angeht deswegen wird das gleich in vollkatastrophe aber gucken mal ich bin noch nicht bei allem durch und weil falls du in irgendeinem speziellen fahrzeug interesse was ich hasse hädis fliegen anfänger man den wenn es über die falz band wohl ich bin ich muss mir nur kurz wirst du mal stellen hallo steigen b hier ein Okay, das Hubschraub ist das, äh, das Cockpit ist das Interessante. Und es sieht schön aus. Und das ist wieder so ein, also, das ist so wieder allgemein. Wir haben kein Geld für SIM, SIM sind zu wenige, SIM interessiert keinen, SIM wird vernachlässigt, bla bla bla. Welche RB oder RB Spieler schaut sich dieses Cockpit an, sodass sie 500 bis 1000 hingeblecht haben? Ich frag nur, ich bin ein Freund.